Ich stelle Ihnen schon mal den dritten Mann vor, Kampfbieter in diesem Kampfe, der Roman von Moradis. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Kämpfer vorstellen. Halbfelder, A64 Kilogramm stehen sich gegenüber in der Roten Ecke. Kaiba Konsada trifft auf Schirr, Morina von RBS Lohberg. Bring zwei Runde ein. Schirr, 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 Schirr. Schirr, 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 Schirr. Schirr, 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 Schirr. Schirr, 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 Schirr. Schirr, 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 Schirr. Vielen Dank. 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 ... 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